Hallo meine Wolf-Lines, willkommen zu Han's Showdown. In dieser Runde spiele ich wieder zusammen mit Raza. Ich verlinke euch seinen Kanal unten in der Videobeschreibung. Ich möchte jetzt gar nicht viel dazu sagen, außer es tut mir leid, dass jetzt zwei Handvideos hintereinander kommen, aber jetzt ist es halt so. Ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil am Ende passiert was richtig, richtig Lustiges. Ich verspreche es euch. Also viel Spaß beim Zuschauen. Spitter-Zitter-Granade. Spitter-Zitter-Granade. Mach's denn schon wieder von Krach. Ich hab' welche raus genug sind. Probe hier anbrachend. Hab' ich mich. Hab' ich mich. Oh Jes. Ja, 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 ich geh Oh ja, oh Oh ja, okay Hier ist er Ach ja, ich hab... Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen Wunder, er ist frei Gibt's die rote Fässer, die ich vermieden kann? Ja Bestimmt Ach, ich hab ja gar nicht dabei Moment Hier ist ein Blutrind Ah ja, du Schlawiner Ja, fürchterlich, ich weiß Ich glaub, da gibt's eine Aft Weg, aber auch Nöhöhö Tunhat Entter, I'm Will constructed by Or Astra Ich häng mich einfach an die Treppe. 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 Vielleicht lag es auch daran, dass ich mal im Kino saß mit irgendeiner Wildfremden spüren lasse. Die haben sich da drin so aufgeführt und ich habe auch nichts vom Film gehört. Aber ich fand ihn trotzdem die Handlung allgemein scheiße. Okay. Da kommen welche Richtung Südosten? Südost nicht. Ich häng mich auf dem Weg. Ich habe eigentlich nur Hunde gesucht, aber es gibt einfach keine. Ja, der pümmelt da rum. 120, 135 sind das. Ja, okay. Das, was die Krähen sagen. Das, was die Krähen sagen. Geh holen. Ja. Schon auf dem Kompound drauf? Ja, ja. Da bei der weißen Hütte auf der Rückseite. Richtung Aden. Ja. Ja. Da lungern sie gerade in der Hütte rum. Da hinten. Ja, ich geh aber nicht raus. Ich geh aber nicht raus. Das heißt, ich bin jetzt theoretisch genau hinter dir. Sehe ich das richtig? Bis hinten drüben hier. Am Zaun. Auf der anderen Seite. Ach, auf der anderen Seite. Ich hab gedacht, hier wird dann weißen Hütte. Ja, ich hör dir doch nicht zu. Es wird heißen, halt. Ist einer ein bisschen weiter vorgekommen? Mal kurz nachladen. Wirft einer was? Einer läuft jetzt auf 120. Gut geklappt. Er ist jetzt hier drin. Einer kommt drauf. Einer ist im Wald. Ein Cain. Einer ist hier hinten. Okay. Einer ist hier hinten, Lorena. Mhm. Mach ihr mal zu. Ich hab ja keinen Bock, dass ich da reinkomme. Einer ist direkt über mir. Ja, genau. Das hab ich hier auch gemacht. Hast du den? Sehr gut. Den hab ich gehittet. Sehr schön. War das sehr draußen im Haus? Keine Ahnung. Hier oben ist noch so ein schwarzer. Also irgendein... Okay, einer ist noch bei dir. Bauer ich oben. Close. Oh, Scheiße. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Hatten. Ich glaub drüben. Ich glaub drüben. Drei unter uns. Die kommen jetzt unter dir ran, Tim. Oh Gott, ich muss mich schnell heilen. Oh, Scheiße. Einer hat nen Bogen. Ich nehm mal das Bounty schnell. Danke. Der Antrattenbogen. Einer ist drin. Im Gang hier. Sind zwei Leute. Einer unten, einer draußen. Ich muss kurz nachladen. Der will aufheben. Der sitzt genau unter der Treppe hier. Die eine liegt wieder? Ja. Scheiße, da ist ein Cain unten. Cain hab ich. Sehr schön. War das der Cain? Das war der Cain, ja. Da ist aber doch einer an der Tür. Genau an der Tür. Unter mir direkt. Sehr schön. Ich hab nur einmal mit ner blöden Rival getroffen, ne? Tim, das ist nicht Lorena. Ich schwach. Lass dich packen, oder? Dann lass dich dich gut. Dankeschön. Ich hab weiter. Ach, okay. Dann lass ich dich. Gut, den hab ich schon. Sorry, den hab ich vorhin. Danke, danke. Alter hat den Mosin. Der hier hat einen Mako. Jetzt mach ich das Anti-Boss-Team. Der hat der Bette. Guck mal kurz. Hier liegt auch noch einer. Ach, das waren zwei Teams. Ja, das waren zwei Teams, ja. Ich hab den Moni durchgebracht. Nee, das war aber Tims Waffe. Hey! Wo ist man? Ist hier noch einer? Hast du gesehen, wo der Ball drin schickt? Genau an der Arschwacke. Ich geh mal kurz zum Versorgungswagen. Aber denk dran, die anderen haben eine Haftruppe. Ja, die anderen laufen unten rum. Guck mal rein, Lorena. Ja, dann gehen wir Richtung Golden, oder? Ich guck noch mal. Die kommen, glaub ich, drüber. Die laufen, glaub ich, runter zum Ausgang. Zum Ausgang, oder? Ich glaube, ja. Also, die laufen unten rum zum Ausgang. Ah, die sind auch... Die sind erstmal nur bei sie, nee. Ah. Ich hab eher das Gefühl, dass die abwarten, was wir machen. Ich würde hochrennen. Komm, er hat ein paar raus damit. Okay. Okay. Da... Ich weiß nicht. Sieht doch eher so aus, was wir uns jetzt. Hallo! Lass mich rüber. Jetzt stehen sie da. Ja, und es ab. Stehen sie da, wie die Übelgarten. Ich glaub, ich krieg die Runde jetzt 20 Supports mit. Ich hab sie alle angeschossen, bevor ihr sie gekillt hat. Nee, die... Wo hast du noch mal eine Genickrott worden ist? Die habt's früher noch mal gekillt, oder? Ja, die hab ich gekillt, oder? Aber ansonsten... ...hab ich sie alle mit der Schrotlinde angeschossen. Okay, die... Auf scheinbar etwas zu große Entfernung. Wir können einfach durch, ne? Jetzt kommen sie langsam, aber... Ich hab das Gefühl, die wollen vielleicht auch noch looten und gucken, und... Ja. Weil der eine ist noch ziemlich weit unten. Die Lorena hat das gebührt. Toll, der nur gucke. Ich glaub, ich hab mich in der kompletten Runde einfach nur zwei Hunde gesehen. Der eine ist jetzt im Gefängnis, der ist immer noch da unten. Der gehört auch hin ins Gefängnis. Ich kann's dir nicht irgendwo noch so'n scheiß Käfig oder sowas geben. Ein paar Hunde, irgendwas. Unglaublich. Hier gibt's einfach gar nichts, ne? Ja. Ja, ich komm zu euch. Tut mir sehr leid. Mensch, Mensch, Mensch. Die Hunde sind aus Prinzip nur dann da, wenn sie einen maximalen haben. Das ist doch immer so. Da brennst du. Ach, wirklich? Wie? Wie? Oh. Ich sterbe gleich. Wie, ne, 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 ne. Da war schon der Grupp. Das ist doch egal, ich bin der erstes, das war's, dass die degenerliche Schieß plant hier vorbei auf Lorena. Ich glaube die wollen dir irgendwas damit sagen Ich kann mal den da leiden lassen Oh man Ich hab die Möglichkeit auch so ne schlimme, so ein bisschen getriefer Achja War das Ende nicht super witzig Wir haben uns so weggeschmissen Man kann doch Blödsinn in Hand machen Auf jeden Fall Ja dann hoffe ich mal, dass der Grund euch gefallen hat Schaut wie gesagt unbedingt bald Rasa vorbei Über ein Like wollte ich mich freuen Über einen Kommentar auch Und über ein Quas-Globe-Abo ebenso Und dann würde ich sagen Kommen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss Tschüss Ichotte Ichotte Ichotte